Ich meine, das ist ein Titus-Abtritt vom Verschluss, das ist bei der 600 Bekannte. Bereit war die von Angehoben, aber ja, die Sitzwaffe garantiert auch. Mit dem Film, das fand ich schon unüberraschend. Ah, krass, gefangen. Nicht da? Ja, ich sehe, das ist ja alles voll. Eben war noch nichts da. Guck mal unten rein, das ist ja dein Erster. Geil! Ja, wieso? Ja, ich... Ach, immer? Immer. Ausschliesslich? Ausschliesslich. Anfangs über die Hörbe. Ach, anfangs über die Hörbe? Ja, nachher aus. So unendlich, Leute. Kommen die Fotos auf die Seite oder so? Ja, ja, da habe ich mir gedacht, der ganze Rude schübe. Das Wasser habe ich gar nicht mehr gesehen. Plötzlich habe ich irgendwie gehört, es klingt anders. Dann bin ich aufgestanden und habe gesehen, das waren das Kurse vom Wasser. Die kamen wirklich über die Sandbank hinweg. Da habe ich gesehen, dass das Wasser kommt. Und dann habe ich den Kindern auch gerufen, raus hier aus dem Wasser. Die einen sind auf die andere Seite rüber. Die habe ich dann gut gefangen. Nach dem Bachdruck und... Ich glaube auch. Ja, den sehe ich. Ich glaube auch. Wir sollten das mit zum Zeltplatz nehmen. Ja. Aber nicht in deinen Frisuren. Ja. Wie sie kann. Wie sie kann. Wie sie kann. Gebrorene Goldwäsche, oder? Geil. Ja. Geil. Da haben sie sich auch immer kleine Ämter gebaut haben, wo man von der Stelle rausgefahren kann. Ja, nicht die, die so. Sondern wirklich die mit Gesichtspanen, Füßen, ja. 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 Super. Ja. Ja. Super.